Ab 23. Januar im Handel. Fisch und Fang. Das Erlebnismagazin für Angler. Die Februar-Ausgabe. Und das sehen Sie unter anderem auf der beiliegenden BVD. Winterzander. Wenn die Temperaturen niedrig sind, dann kommen die Flusszander so richtig in Fahrt. Birger Domeier begleitete Marco Mühle an die Elbe. Die Kamera stets im Anschlag. Methodenmix am Forellensee. Rudi Eisenbart ist ein echter Forellenteich-Profi. Ob mit der Schlepp, der Posen oder der Grundroute. Im Heft und auf der DVD gibt er Ihnen jede Menge Tipps, wie auch Sie Ihre Erfolge am Forellenteich noch steigern können. Auf Lachs in Norwegen. Die Gaula gilt als der Traumfluss vieler Lachsangler. Auch Arndt Bünding und Birger Domeier folgten ihrem Ruf, packten hoffnungsvoll die Zweihandroute ein und machten sich auf den Weg in den Norden. Ob sich der Traum vom Gaula Lachs erfüllte, sehen und lesen Sie in der aktuellen Ausgabe. Fisch und Fang. Das Erlebnismagazin für Angler. Die Februar-Ausgabe natürlich mit Gratis-DVD. Ab 23. Januar überall im Handel. Jetzt Fan werden und keine Neuigkeiten verpassen. Facebook.com Fisch und Fang.